Für die meisten Menschen sind das nur Buchstaben. Andere sehen darin zusammenhängende Verfahren, Normen und Richtlinien und sie wissen, wie man sie nutzt, um ihr medizintechnisches Entwicklungsprojekt zum Erfolg zu führen. Mein Name ist Gerhard Schmidt. Ich bin auf die Optimierung von Prozessen im Bereich Medizintechnik mit dem Schwerpunkt risikobasierte Softwareentwicklung spezialisiert. Als Projektmanager arbeite ich mich schnell und selbstständig in Ihren komplexen Anforderungen ein. Ich berate Sie bei der Zielführung und Planung des Projektes und koordiniere die Entwicklungsprozesse. Als Berater für Medizintechnik unterstütze ich Sie im Qualitäts- und Risikomanagement, beim Aufbau und der Durchführung der Validierung und Qualifizierung, auch nach internationalen Bestimmungen sowie im Testmanagement. Als Prozessberater analysiere ich die grundlegenden Abläufe und Kommunikationsprozesse. Vorgaben werden besser an die gegebenen Strukturen angepasst und vereinfacht. Das Verständnis und die Motivation bei allen Beteiligten erhöht sich. Gerhard Schmidt besitzt die Fähigkeit, vermittelnd und übersetzend zwischen allen beteiligten Abteilungen zu agieren. Durch praxisrelevantes Know-how und die Konzentration auf das Wesentliche werden Engpässe frühzeitig erkannt, analysiert und beseitigt. Ihr Erfolg ist mein Ziel. Lassen Sie uns darüber reden, wie Sie mich für Ihre spezifischen Anforderungen gewinnbringend einsetzen können. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen. Lassen Sie uns darüber reden, wie Sie mich für Ihre spezifischen Anforderungen gewinnbringend einsetzen können. Lassen Sie uns darüber reden, wie Sie mich für Ihre spezifischen Anforderungen gewinnbringend einsetzen können.